so herzlich willkommen hier zurück zu another book in the mall bei mir jetzt ist schon ein wenig vergangen zu den letzten fünf sechs folgen hier zu dem game ich habe die zuletzt zusammen aufgenommen aber das ist jetzt bei mir wahrscheinlich schon so zwei drei wochen her deswegen seid mir nicht böse wenn ich gerade nicht hier und da vielleicht mal genau weiß was ich in den letzten folgen gemacht habe aber da werden wir denke ich jetzt gut zusammen wieder rein finden ich glaube das ganze noch mal wir sind bei tag 29 die abendstunden erreicht und ja nicht ganz gut aufgebaut haben gut kohle auf dem konto simuliert das jetzt erstmal schon mal langsam weiter muss aber wie gesagt da gerade erst mal leicht wieder rein finden genau ich schau mal gerade wie weit wir bei den bedürfnissen sind snacks haben wir sehr gut bedeckt da sollten wir nichts mehr weiter anbieten genau wie soap und shampoo toilettenpapier haben wir schon ziemlich viele bedürfnisse zufriedengestellt hier diese küchengeräte oder allgemein diese geräte aussatzgeräte könnten wir noch anbieten mein er genau das sind wir gerade dabei genau neuer laden der ist noch nicht komplett bestückt wird sich aber dann in den nächsten paar schulen wahrscheinlich ergeben dauert ein wenig bis er komplett aufgefüllt ist genau die hatte ich schon bestückt ja nur die geräte sind noch nicht drin so schauen wir mal manage schauen store 1 machen wir einen umsatz profit von 52 prozent das ist doch schon mal nicht schlecht store 3 haben wir hier oben eine klamottenladen 89 prozent unser bester laden sein was war das von laden beauty so eine art drogeriemarkt macht nur 18 prozent ist natürlich wenig unsere elektronik shop 87 prozent nicht schlecht kommt an unseren klamottenladen sehr gut ran dann haben wir noch einen kleinen zwei klamottenladen genau wir haben noch mal ein klamottenladen der sich aber allerdings nur auf schuhe beschränkt genau da war ja der unterschied mit tier 1 tier 2 tier 3 aber auch noch mal genau hier irgendwo sind ich meine wir hatten auch irgendwo hier schon tier 3 genau also so ein gemischt waren handel zum beispiel ist tier 1 der wirklich alles anbietet ob getränke ob schuhe ob fernseher ob handys keine ahnung tier 2 ist dann der bietet nur eine gruppe von ja nicht lebensmittel sondern gruppe von verkaufsprodukten an wie zum beispiel nur getränke oder allgemein kleid und da können dann kleidungsstücke wie pullover t-shirts hosen sein aber auch schuhe und tier 3 wäre wirklich dann nur die konzentration auf schuhe zum beispiel besser gesagt muss dann über die hälfte äh in diesem jeweiligen markt wie jetzt im normalen kleidungshandel über 50 prozent ja ich weiß nicht ich glaube es reicht 51 prozent dass es dann ähm tier 3 geschäft ist dass es dann so besser eigentlich schon als schuhladen gilt ja so war das meines erachtens genau und dann hatten wir noch diesen laden hier unten ah der war auch noch mal auf closing aus aber ja gut muss man wissen wusste ich jetzt leider nicht mehr ok läuft mit 89 prozent ebenfalls sehr gut und dann haben wir noch hier unseren laden der gerade noch eigentlich im aufbau ist mit 65 prozent aktuell schon elektronik naja ok nicht wie hier oben mit fernsehen und so aber ähm haushaltsgeräte wie waschmaschinen ähm kühlschränke trockner und sowas ja denke dass der auch noch mal ganz gut kommen wird das heißt juwelier und hier unser gemischter kleidungsladen mit unseren besten läden schauen wir gleich mal was wir da wo neues aufbauen können daily profit über 50.000 haben wir erreicht nicht schlecht 110.000 bonus was ist hier ah sie wollen ein restaurang ich weiß gar nicht ob ich das gerade schon bauen kann ääaahhm hm 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 tische dafür kann ich schon mit bauen restaurant tabel dinner table food court table für fast food ah das muss ich noch erforschen alles möglich was fast food betrifft hier die warmhalte dinger ja die kann ich halt noch nicht aufbauen deswegen das fragen wird im moment noch nicht möglich sein oder haben wir nur kurz mal schauen wegen research da sind wir gerade dabei restaurant ja kann man versuchen restaurant wird mir in der mitte vielleicht ganz gut aufbauen eventuell hier nochmal hier könnte man mal einen kleinen laden aufbauen so gespiegelt passt eigentlich ganz gut da habe ich gerade nur noch der große hier getränke essen und handel also wirklich gemischt handel tier 1 geschäft und hier kommt das größte lager hier oben die drei läden teilen auf zwei wie war denn das jetzt nochmal mhm store eins store drei geht auf store 4 auf store 6 store 7 geht auf store 8 store 9 geht auf hier können ich rein theoretisch hier noch einen laden aufmachen der dann noch das andere lager zu und teilen sich halt immer gerade zwei läden eins aber das reicht normalerweise im auffüllen am tag her eigentlich zu schnell dabei nur wenn nachts gerade ist und viel gekauft werden sollte aber wer kauft jetzt gerade nachts so viel ein es gibt hier zwar immer welche mal die nachts auch noch einkaufen aber das ist jetzt nicht die regel sprich ich könnte hier noch einen laden aufbauen gespiegelt und hier das wird mit dem lager noch gehen wenn wir hier vielleicht für personal noch eine tür reinbauen vielleicht ganz praktisch hier so mittigflächenrestaurant durchgang irgendwie hier noch wenn wir hier noch zwei läden unterbekommen ja müssen wir gleich mal schauen ähm ja restaurant reinz haben aber doch eigentlich hätte man das wird erforscht warum läuft es gerade nicht runter was du denkst die erste stunde schon erreicht sein lass sehen hm unlock fast food restaurant aber wir müssen da noch was anderes vorher ne das haben wir aber schon hm keine ahnung warum das jetzt hier gerade nicht ansteigt warum wir immer noch 0 von 96 stunden haben sollen ähm erforschen wir mal das mal sehen ob das gleich läuft vielleicht mal gleich auf die uhr 3 uhr gucke ich nochmal sollte eigentlich funktionieren hm das war jetzt komisch gleich ein bug im game möglich ja das haben wir alles schon erforscht bild in office seit wann können wir denn ein office erstellen seit wann können wir denn ein office erstellen ähm hm office office requires access requires office desk ah das habe ich gar nicht mitbekommen da war noch mal ein update in letzter zeit wo wir jetzt ein office ähm aufbauen müssen aufbauen müssen für marketing administrative work and research sprich wir können nur erforschen wenn wir ein office haben das ist gut zu wissen das wusste ich jetzt gerade gar nicht ich habe das nicht mitbekommen ähm hm office ähm hier oben das werde ich später nochmal abreißen und nochmal neu aufbauen weil das hier unten sieht eigentlich besser aus auch von der aufteilung her ähm ähm hm das ist gerade eine gute frage office ich weiß jetzt nicht gerade nicht hm wie gut das sein muss wir gehen ja nicht weiter zum rand bauen ist doof ähm vielleicht in der mitte machen wir mal so einen langen schlau ja schauen wir mal gleich wie das aussieht ähm field walls object stuff only ée ähm was brauchen wir dafür jetzt alles ähm access elite club habe ich desk und workers da gibt es noch personal für da war eine schlange vor und die wollen alle restaurants und restrooms toiletten und sowas haben muss ich mal gerade schauen office desk ja ich muss ich das jetzt noch kennzeichnen als office habe ich so jetzt brauchen wir ein zumindest schon mal sie hat ja ein bisschen durchschnittlichere werte wird hier die werte ziemlich schwach von 8 uhr bis 20 uhr machen wir mal zwölf stunden raus was erstmal von 8 bis 20 viel jahren aber können sogar bis 15 stunden arbeiten also macht keine hat noch keine negativen einflüsse soweit ich weiß genau schauen wir mal wie das jetzt mit dem forschen läuft ob das jetzt hochkommt die zahlen ist der gleich um 9 uhr 1 von 96 schon erreicht zu sein ja okay fragt mich allerdings mag den haben wir da noch was neu das bedeutet weiß ich nicht ich habe jetzt hier nicht meine priorität auf dem markt hier wie gesagt die will ich später noch abreißen wenn mir das oben wegen der aufteilung nicht gefiel hier oben habe ich das besser gelöst deswegen ist mir das gerade ein wenig egal da oben aber hier kann ich schon mal zwei neue läden hinsetzen so brauche aber hier nochmal mal wände genau und ähm türen gäste hier könnte ich einmal hinsetzen und da mal wieder vielleicht auch noch eine wand hinsetzen aber ich hab mir gerade auf auch hier genau ähm objekte stuff only versorgen die den raum von hier und die von dort und die tür sollte dahin gesetzt da ist der baum im weg kann man ihn irgendwie abreißen ähm hallo genau sollten vielleicht alle da schon mal weg äh die tür die tür die tür so mal hier oben so schauen wir mal ähm ähm ähm